Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe so lange nicht mehr mit der Kamera gevloggt. Okay. Ich fahre gleich zum Hotel, zum Flughafen, denn ich fliege morgen früh um 6 Uhr und der Flughafen ist ein bisschen zu weit weg, um einfach so hinzufahren. Ich habe schon meinen Koffer gepackt, also den Maisteil davon. Es sieht super unordentlich aus, aber meiner Meinung nach hat das mega viel Ordnung. Also ich verstehe komplett, wo was ist. So, da sind die langen Hosen, da sind meine Bikinis, das hat alles in Ordnung. Okay, das sieht jetzt nicht so aus, als hätte es in Ordnung. Apropos, ich habe es vergessen. Gut, dass ich es nochmal durchgehe. Das ist noch nicht organisiert, keine Sorge, also das muss ich noch organisieren. Ich muss nämlich auch noch meinen Rucksack packen, aber der liegt im Teil noch da hinten. Und deshalb muss ich das noch organisieren. Dann geht es morgen einfach von Amsterdam aus nach Brasilien zu meiner Gastschwester und ich freue mich so extrem drauf und es wird so ein cooler Vlog. Ich nehme auch meine GoPro mit, das erste Mal in meinem Leben benutze ich meine GoPro, obwohl ich die seit drei Jahren habe. ja, ich freue mich. Ja, das war komisch. Ich bin im Hotel. Das ist mein Hotel und es ist einfach so voll so mein Style. Also nicht unbedingt mein Style, ich würde das niemals so dunkel designen, aber hier sind überall so pflanzliche, natürliche Sachen. Es ist einfach irgendwie pretty. Und ja, jetzt lese ich und mache mich fertig und dann geht mein Flug um 6 Uhr morgens. Und ja, ich freue mich so. Hallo, ich bin einfach in Brasilien. Ich stelle gerade meine GoPro ein, weil ich das erste Mal in meinem Leben meine GoPro benutze in der letzten Jahre, wo ich die seit drei Jahren habe und noch nie genutzt habe. How pretty. Das ist gestern beendet, der Flugzeug. So schlimm. So emotional. Ich habe wirklich auch einen. Okay, und jetzt wollen wir eine Freundin von hier ab und dann fahren wir an den Strand. Das Haus ist so krank schön. Ich bin ja erst aufgewacht, aber ich kann mal mehr davon zeigen. Das ist so ein Traum. Das ist so schön. Oh mein Gott. Ich kenne mich hier. Ich kenne mich hier. Ich bin so gut, ich bin so gut. Wie kann ich den Malen? Es ist so schön. Es ist so schön. Windy! Wir können die Kurschen lernen! Do you know how to surf? No. Do you know how to surf? Oh shit. Dad! I love you, Dad. I'm 16. I love you, Dad. okay hi guys did you miss me we are my house now I'm gonna take Jackie to the park and yes look today is a beautiful day say hi Lou so that's it is it still recording I want to show the plants again because they are so nice okay bye Lou Sao Paulo is so pretty you look so pretty okay I'm going to try myself in Portuguese what the fucks I did it it's really really hot ah thank you did I drop it? yeah okay look how pretty okay Jeff is having coconut water and it doesn't taste like coconut brown right? yeah the one you have is not the real coconut why? because this is the real coconut huh? this is the same no not yours like the one you had it already like the others in Germany I don't know I never had a coconut before why is it your dog? not it tasted watermelon it doesn't make any sense okay Jackie drank two coconut water it was so good I only had one oh my god I look so ugly stop 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 it doesn't focus focus oh yeah oh he's cute oh really good photographer look how good photographer I am look we're coming back home how was it? exhausting? no it was not as bad okay I want to know how hot it is that's a Brazilian flag no it's that way no it's that way yeah can you show how bad the sidewalks are? no no don't show the bad things okay no don't show the bad things okay no don't show the bad things all good you have to wear a mask outside outside but it's 33 degrees let's go yes okay I was talking about the mask thing it's 33 degrees and I don't see anyone wearing a mask outside bye on the road where no one is okay guys so I'm taking Jackie to the mall we're gonna get some shopping done shopping outfit of the day OOTD 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 Luna LUNA catch it and yes look at this look at this look at this look at this I'll make this oh it's the check okay so we bought things and Jackie three dresses and one top Jackie's gonna do a haul later and Julia bought work-up clothes even though she doesn't work out we're at the mall we're waiting for Jackie's Starbucks do you not want any? no you're the coffee drinker I got diarrhea I got diarrhea and this okay let's Jackie's have I have paper straws too yeah it's not the vomit yeah it's about the rain I think it was 32 degrees already JK Iguatemi Mall no one understands what you're saying when you're saying so fast okay so we are at JK Iguatemi Mall oh it's JK means JK yeah I thought it meant like JK like a city or something no it's JK JK because of the ex-president Juscelino Kubitschek the name of the avenue that the mall is located there's a present was JK he too? yeah he built the capital Brasília I said you're trying my favorite drink it's a mocha no it's not mocha it's a java chip frappuccino with almond milk and whipped cream and coffee 8 8 out of 10 8 and a half what Keda Kade 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 where is she not listening? Luna Luna are you going to do a haul? let's say like we were in the mall and we bought things Kade 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 Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber es ist wie so ein ... Club? Nee. Ich weiß nicht, wie ich es in Deutschland erklären kann. Weil wir keine Worte dafür haben. Es ist wie so ein Resort. Wo es ganz viele Restaurants gibt und Pool und was auch immer. Und wir essen in Fleischsushi. Okay, das ist Fleischsuchen. Okay, das ist Fleischsuchen und das ist Fleischsuchen. Was ist das? Bastel. Bastel. Oh! Ich glaube, wir haben diese. Ja. Okay, wir haben zu gehen. Nein! Wir sind in einem japanischen Geburt. Ja, ihr seid. Und ... Wir sind einfach ... Hängen rundherum ... Und kaufen. Du erklärst das Fleischsuchen? Ja. Jetzt bist du ein Vlogger. Ich bin ein Vlogger. Ich bin ein besser Vlogger als Jackie. Sie immer vergessen, dass ich alles. Ich liebe es. Es ist so cute. Ja, ihr ist so richtig. Ja, es ist so schön.